Resident Evil Zero Hallo und willkommen zurück bei Resident Evil Zero Ja meine Freunde, ich sag direkt einmal Da geht man einmal zurück zum Speichern und guckt sich hier nochmal ganz kurz um und findet das hier Also das ist mir bisher gar nicht aufgefallen, ich frag mich warum, ich hab keine Ahnung Zumindest hier gibt es ein Bedienfeld und da ist ein Schlüsselloch Ja, welcher Schlüssel da wohl reinpasst, frage ich mich Tada Oh Da kommt ein Aufzug Ich schätze einmal, den haben wir jetzt erstmal Tja, was mache ich jetzt, ich will erstmal ablegen hier Und nehme mir wieder mal das da, das da nehme ich mit, wer weiß wofür ich es brauche Ähm, ja, wir sind kritisch immer noch Ja, ähm, das ist der Grund Äh Ich würde ja gerne so eine grüne Pflanze da holen Ich sag mal so, ich werde erstmal so gucken, dass ich weiterkomme, wenn ich merke, ah, das funktioniert so nicht Ähm, dann War hier vorher auch schon das Dach offen? Naja, ist ja auch egal Ähm Wir wissen, wo wir zwei grüne Pflanzen haben, wie wir hinkommen, wissen wir auch Und bei Bedarf kann man ja dort hingehen So, äh, jetzt schauen wir uns hier gerade mal um, ob ich hier noch irgendwas finde Es sieht aber nicht danach aus Äh, gehen wir da noch rum, bevor wir weitermachen Gibt es hier noch was? Bis auf Propangasflaschen an Mass Sehe ich hier nichts Gut Gehen wir mal weiter geradeaus Ähm So, wo ein Schalter Äh Äh Ah, ich sehe schon Drehscheibe senken Ja, machen wir einfach mal, was anderes können wir gerade eh nicht tun Ja, warum ich die grünen Pflanzen jetzt noch, noch nicht genommen habe Ist einfach der Grund Ich habe keine Ahnung, ob wir sie wirklich brauchen Also, jetzt gerade Die würde ich mir lieber aufheben, um da das volle draus zu machen Ja, was ist los? So, da wären wir Schauen wir uns hier mal um Da hinten blitzt wieder was Äh, ich glaube aber, wir gehen erstmal in die andere Richtung Da drüben Es scheint es nämlich nicht weiter zu gehen Hier ist ein Aufzug Was sind wir denn gerade? Äh, einmal kurz auf die Karte gelückert Ah, hier sind wir Äh, er funktioniert zur Zeit nicht Okay Gut, hier geht es nur zum Aufzug Das ist gut zu wissen Wo geht es denn? Hier hin Da Gibt es da irgendwo weiter? Äh, ist doch eine Sackgasse, so wie es scheint Was? Hier brauchen sie nicht zu suchen Aha Interessant Sag mir das, dass ich da nicht suchen muss Nein Ich wollte doch nur Nein Nein, 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 nein Rebecca, was machst du da? Oh, das war Oh, aber noch Oh, aber noch Don't shoot Don't shoot You're alive Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me Haven't you seen them? That's unfortunate If we go straight from here We should arrive at an old mansion Which Umbrella uses for research Come on, let's go Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca... Alright, just be careful. I never saw him again. Oh jee. Gott sei Dank. Ich dachte schon, was haben wir denn da liegen jetzt? Erstmal. Gut, es hat also noch einer von dem Stars Team überlebt. Das ist schon mal schön zu wissen. Sicherheitsraum. Hier brauchen sie nicht... Ja, super. Überall brauche ich nichts zu suchen. Ja gut. Was mache ich denn jetzt mit dem scheiß Schlüssel? Ich habe die Magnum. Ich gucke mal, wo ich Schlüssel bin. Ich weiß ja, wo es den Schlüssel gibt. Äh. Hallo? Oh, jetzt sag... Boah! Das gibt es doch jetzt nicht. Das heißt, ich brauche den Schlüssel... Ach, das ist doch... Aber, ey. Okay. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Ich habe hier... Lassen wir mal die... Lassen wir das gerade mal hier. So. Sind drei Schuss. Damit kann ich leben, wenn die hier sind. So. Und dann können wir den Schlüssel nämlich mitnehmen. Dann schaue ich mal eben ganz kurz... Ähm... Untersuchen. Ein Schlüssel, mit dem der Aufzug wieder aktiviert wird. Hooray! Ja, endlich wieder Aufzug fahren. Wurde mal Zeit. Machen wir das doch mal direkt. Ähm... Da lang. Okay, wenn ich jetzt... Äh... Okay. Muss ich den woanders benutzen? Ah, okay, hier. Okay, ich hätte jetzt gerne die Waffen mitgenommen. Beziehungsweise die Munition. Ähm... Ähm... W-Wet-Wet-Wet-Wet... Ach du Scheiße! Was ist... Was ist denn das? hallo na super, Aufzug im Arsch ähm, Rebecca oh, kacke, kacke, kacke ja super, was soll ich denn jetzt machen nur Ausweich die ganze Zeit oder was weil, ich schätze mal, erschießen kann ich den nicht ja, klasse Aktion boah Aufzug noch immer nicht da nein ja, okay ähm das ist natürlich jetzt eher suboptimal und ich glaube, da komme ich nicht drum rum wenn ich vorher mal eben schnell äh, mich heile weil, ey, wie soll ich das sonst schaffen, hallo ja, ja ja, ich überlege jetzt gerade also wirklich eine andere Idee habe ich jetzt da nicht ich meine, wir sind da unten gefangen mit diesem dicken Monster ich, ja, ich könnte versuchen mit dem Granatenwerfer reinzuholzen klar aber ähm also ich bin ganz ehrlich ich hätte jetzt lieber ich hätte jetzt lieber, ähm boah das ist doch scheiße jetzt muss ich echt mir was einfallen lassen hallo, jetzt nimm doch hallo nein, endlich ähm ähm hey ich bin jetzt ganz ehrlich bringt's da was in dieses wieder Munition zu verschwenden also ich gehe mich jetzt definitiv drauf geschissen ich wollte es mir aufsparen aber ich habe keine Ahnung wann ich da wieder was anderes finde und ach das ist halt ärgerlich jetzt gerade also mich ärgert es zumindest weil ich hätte doch ganz gerne ähm ja, so lange gewartet war es äh bis es ja bis ach, komm, egal ähm ja, bis halt ich was anderes gefunden habe noch so eine rote Pflanze oder so ähm ärgert mich ein bisschen jetzt aber gut ich werde sie einfach mal mitnehmen der andere Pflanze auch dann kombinieren wir die und dann ist Rebecca wieder äh geheilt oder sollte es zumindest so kombinieren wir und verwenden und ja wie gesagt ist nur eine Warnung jetzt und äh hätten wir ähm jetzt was rote eine rote Pflanze gehabt hätte er das wieder voll geheilt und das äh ärgert mich jetzt mega und ich sag auch mal so sollte ich äh gegen das dicke Vieh da unten jetzt gewinnen beziehungsweise ähm dass der Aufzug dann auch mal kommt ähm werde ich das wie folgt machen und dann und dann als nächstes eine rote Pflanze finden werde ich das so lange probieren bis ich es geschafft habe ganz ehrlich äh ohne sie mich zu heilen also das mache ich dann auf screen da braucht er dann nicht wirklich zugucken also das ist ja dann ihr wisst ja was passiert es ist ja nicht so das ist dann nur einfach damit wir danach in Ruhe weitermachen können so das wissen wir da geht nichts weiter da drüben geht es nun hin kommt schon her manchmal ist die Kamera echt bescheuert ähm so dann legen wir hier wieder die drei Schuss für das Gewerb so und nehmen das mit Kamera hallo so nein ach komm schon so das ganze noch einmal schon wieder nicht richtig da vor oder was na endlich ja dasselbe Spielchen noch einmal ja wir müssen jetzt erstmal ausprobieren so gut wie es geht ach komm ja natürlich sehr intelligent ja beweg dich ach komm ich probiere gerade mal was nur mal testweise jetzt ja jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr das ist eher suboptimal treffer in den Rücken ach komm ach komm äh super also mit dem Erschießen das scheint nicht so wirklich zu funktionieren aber es kann doch nicht sein dass ich die ganze Zeit da ausweichen muss ey das ist doch ich bin gerade ganz ehrlich also das ist so eine Stelle die mich dann doch ein bisschen wieder nervt dass aber auch die Save-Punkte immer so beschissen gelegen sein müssen äh hätte dieses Vieh jetzt nicht zum Beispiel auf auf dem Aufzug nach unten sein können oder so brrrr ja wir haben gesehen wir müssen uns auf alle Fälle heilen das werden wir auch nie und immer sonst packen zumindest zweifelig da enorm dran ja ach um immer diese millimeter bewegungen hier so dann den inke robben mal eben kurz ablegen so ja den nehmen wir mit ich könnte natürlich auch probieren mit der Magnum auf das Vieh zu schießen aber ich stehe mir noch immer noch die Frage kommt der Aufzug erst wenn das Vieh tot ist oder schwierig einmal kurz Wind ähm da meinten das Ding ist halt einfach äh 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 ja ähm ähm das Ding ist einfach wenn ich jetzt da unten die Munition verschwende ähm Moment dann habe ich die halt hier oben nicht mehr ähm kombinieren damit zack verwenden zack so alles wieder mitnehmen und dann machen wir das ganze noch einmal und dann versuche ich mich einfach gegen dieses Vieh mit der Magnum zu wehren sollte das auch nicht hinhauen werde ich versuchen halt nur auszuweichen weil ich sag mal der Aufzug kommt der während des Kampfes also sprich ist das so wirklich so eine Art Nemesis Vieh wie aus Resident Evil 3 wo wir halt vorflüchten müssen bis wir es irgendwann mal erledigen können oder ist das das war jetzt doof ähm oder kann man dieses Vieh trotzdem erledigen so wie es halt da ist das ist jetzt die große Frage also da bin ich jetzt grad echt ähm ja leicht ratlos ich geh grad mal eben kurz hier hin leg hier drüben die drei Schuss schon mal ab ähm das Gewehr tausche ich aus gegen die Magnum und dann machen wir das Spielchen noch einmal nächstes Mal hoffentlich erfolgreicher ach komm schon ja das kennen wir schon äh Schlüsse sollte man mitnehmen damit wir den tollen tollen Aufzug äh rufen können äh ja ein Schlüsselloch und wir haben den passenden Schlüssel dafür klasse hat der super funktioniert ein schuss daneben und der erwischt uns volle lotte klasse so stelle ich mir das vor kammer ach jetzt komm das war jetzt verarschung treffe ich den überhaupt super super ich komme ich nicht mal rausbewegen okay noch ein Versuch ein Versuch geht noch komm gibt's doch gar nicht das ist doch lächerlich wie gesagt ich kann versuchen zu dem vor dem zu flüchten aber ich kann mir nicht vorstellen dass der Aufzug während dieses Kampfes kommt das wäre irgendwie eigenartig jetzt können wir die ganze Scheiße schon wieder machen ich bin ganz ehrlich das ist auch das was mich am meisten nervt dass man alles die ganze Scheiße nochmal machen müssen ähm da wünschte ich mir dann doch so äh Savespoints vorher vor den Bossen und all so ein Kram halt so wie es heutzutage halt üblich ist damit man den ganzen Kram nicht nochmal machen muss hat zwar auch seine Nachteile aber halt auch enorm viel Vorteile ähm weil so kann man das immer wieder angehen neue Taktiken probieren und muss nicht ständig wieder hin dann muss man sich heilen gehen und dann wieder zurück und äh und oh und blö ihr wisst schon wie ich das meine es ist halt ja es ist halt schon relativ frustrierend wenn man dann immer wieder denselben Kram machen lassen wie hier dann können wir die Waffe wieder ablegen dann müssen wir die beiden Pflanzen mitnehmen und ja so geht das ganze Zeit jetzt halt weiter und landet viele Zeit in den Menüs und guckt dass man irgendwie vorankommt finde ich ja ist es schon ein bisschen ätzend so kombinieren damit und verwenden und weiter geht's so nochmal runter dieselbe Schose noch einmal ja mitnehmen dann gehen wir gleich nochmal ins Menü legen die Waffe an hier so und zack versucht es heute den Magnum weil er habe ich den überhaupt gerade getroffen mit der Magnum sei irgendwie komisch also jetzt nochmal das wird der mit aufzug da ähm den zu ende zu führen also ich glaube nicht dass der aufzug während des Kampfes kommt also das wäre Resident Evil untypisch also ist zumindest meine Meinung weil bei Resident Evil ist es ja meist so dass dann irgendwelche Gerätschaften oder so starten immer dann erst wenn ein Kampfgrad beendet worden ist weil äh in der Welt das ja meistens so ist dass wenn der Kampf vorbei ist dann passiert auch dann ist auch der Aufzug erst da oder ähm ich sag mal ein Kampf kann 20 Minuten dauern man kann 20 Minuten überleben vor dem Monster wegzulaufen und der Aufzug würde nicht kommen wenn man das Monster dann aber innerhalb von ich sag mal 10 Sekunden erledigt ist auf einmal der Aufzug da also das ist so ja ne Logik und so halt ne so da wären wir wieder an derselben Stelle Schlüssel nehmen wir mit naja verwenden nein ah scheiße nochmal ich frage mich echt wozu es die Auswahl gibt dass man das nicht mitnehmen sollte ne einfach einfach den Kreisbutton und man ist wieder draußen also naja ist ja auch egal am besten wär noch so ein vielleichtbutton ja vielleicht nehmen wir es mit überrascht mich so äh verwenden und jetzt haben wir wieder da an derselben Stelle der Aufzug funktioniert ah juhu ah jippie jippie da wäre mal wieder da ist das viel wieder da wäre mal wieder da ist das viel wieder ich komm einfach nicht weg ich hab das ja die ersten Male gemacht verdammt ey ja und wieder werden wir erwischt ja ich hab die Taktik gesehen wie ich es machen werde ähm ja funktioniert super bisher und in dieser Folge ist natürlich bis jetzt wahnsinnig viel passiert also noch einmal das ganze unglaublich ja also wieder mal ja also wieder mal in grobbeln ablegen granatwerfer nehmen wir mit so dann gehen wir uns wieder heilen weil ich habe die Befürchtung dass wir diesen Kampf wirklich sonst nicht überleben weil wir schaffen es ja so noch nicht mal dieses Vieh ist aber auch nervig also zumindest meine Meinung weil der Platz halt da so extrem klein ist und ähm ich muss ehrlich zugeben das was das Vieh an Schaden raushaut und äh welche Reichweite das Vieh hat für dieses kleine Areal ist schon boah ja es ist rein ja es ist doch schon relativ ätzend ja nehmen wir mit ja nehmen wir mit und dann das ganze noch einmal ja vielleicht soll ich das nächste mal die Pflanzen mitnehmen und äh wobei und dann halt irgend so platzieren wo ich nicht so weit von der Schreibmaschine weg bin oder so aber gut so lange wird es eh nicht mehr dauern außer wir brauchen jetzt hier noch ungefähr zwei Stunden allein für den Kampf Puh Hallo Ah so selbe Spiel wie immer hier mal eben ganz fix wo haben wir es einmal ablegen bitte ablegen danke dann können wir nämlich auf die andere Seite den Schlüssel holen ach diese verdammte Lauferei so wieder mal das schöne Video das war sofort abbrechen und dann versuchen wir uns nochmal an diesem Gegner meine Güte so einmal Schlüssel rein wo haben wir ihn? da verwenden und jetzt Konzentration Hallo Hallo Ah endlich ein Treffer Ach shit gib mir dieses Drecks hier auf die Eier zum zweiten Ach komm schon jetzt steh auf Mann ist das ätzend ich könnte in den Controller beißen ich wünschte mir es gibt eine Ausweichtaste verdammt Ach shit Gott also nochmal ja ich glaube das ist aber die richtige Taktik die wir gerade machen abgesehen davon dass wir uns ständig geschlagen lassen von dem Arsch idioten was auch immer so schlüssel rein weiter geht es dass einfach nur hier da ablegen wir nehmen wir mit so eine ausweichen taste dass ich gold wert und wir einfach dem schlag ausweichen aber ja sowas gibt es ja hier solch älteren spielen leider noch nicht also noch mal also was ehrlich irgendwann wäre das bestimmt packen so noch einmal ablegen und wieder die pflänzchen mitgenommen und hallo ja so dann kann man das nämlich wieder mal kombinieren damit und direkt verwenden zack zack und schon kann man weitermachen ja mitnehmen mal eben kurz die waffe getauscht also ich bin ganz ehrlich ich hoffe dieses viel braucht nicht mehr viel mehr schuss weil ganz ehrlich weil wie soll das sonst funktionieren wir sind ja nur verrecken hallo ja drehscheibe bitte senken und ich überlege immer noch ob es dann irgendein trick gibt um den auszuweichen weil ich sehe wenn er an den sprung ansetzt und da versuche ich dann halt dementsprechend auszuweichen aber durch seine reichweite gelingt mir das nur selten das ist so mein großes problem weil er hat ja eine reichweite von vom linken bildschirm bis zum rechten bildschirm begrenzung so pi mal daumen und da halt wirklich ja das so hinzukriegen dass der mich nicht trifft ist irgendwie sauschwierig entweder bin ich da hat müssen zu blöd dafür oder das ist wirklich so knifflig dann rufen wir den aufzug zum zehnten mal hallo monsieur ja hallo das war knapp so das erste mal getroffen das haben wir so gedacht ich vielleicht so hinter den kommen funktioniert auch wieder nicht hier bin ich ach komm das ist nervig komm noch ein schuss oder so bitte maximal ein schuss jetzt noch wenn wir noch ausweichen ausweichen ja ja so wie lange sind wir schon an diesem einen gegner dran 20 minuten halbe stunde halbe stunde noch nicht ganz glaube ich aber auf jeden fall schon eine ganze zeit glaube ich ja das sind so gegner die einen wirklich weil die sich mit ein paar heben ausnehmen und dann ist vorbei und ja ich glaube der magnum das ist die beste waffe gegen das scheißvieh damit wir den kampf schnell hinter uns kriegen aber ja kriegt das erstmal hin nochmal sammeln und dann nochmal das ganze wir schaffen das ich sag mal wir haben ja so langsam den dreh raus was als bisher haben ja das heißt im dreh raus wir wissen ja so langsam wie dieser kampf funktioniert das müssen wir noch halt hinkriegen dass der uns weniger trifft weil das ist ja unser großes problem momentan unser problem ist nicht dass wir den kampf nicht schaffen könnten nein es ist einfach das problem dass wir so oft getroffen werden und dadurch dass wir so oft getroffen werden passiert es halt dass der uns irgendwann halt erledigt und ja das ist halt diese kollisionsabfrage das ist irgendwie ein zehntel von einer sekunde wie wir laufen müssen oder ja wie gesagt wir müssen halt hinter ihm kommen wir müssen auf die offene stelle schießen können und an seinem rücken damit wir überhaupt die chance bekommen dass wir das vieh erledigen kommt schon da kommt so also nochmal das ganze jetzt sollte mich einfach mal strich bist du führen wie oft ich für ein kampf brauche ja man also an solchen sachen merkt man einfach die den unterschied zu den heutigen spielen früher war das halt so dass es echt darauf aufgebaut hat dass man frustrieren controller gebissen hat irgendwann weil man den kampf irgendwie 2000 angehen musste während es heute doch so ist dass man immer wieder ja vielleicht auch öfters mal angeht aber man hat halt nicht diese ganze vorab kacke immer wieder also man ist es heute deutlich angenehmer zu spielen wenn es darum geht es weniger frust frust freier ist es auf allemal ja das war beinahe ich bin ich zwei treffer mein freund hier bin ich schon drei treffer bis jetzt läuft es ganz gut ja der treffer hier bin ich mein freund komm her ich wollte sagen das war zu spät das reicht immer noch nicht anleggt mich doch ja wir müssen echt immer schon loslaufen wie oft denn noch wenn er sich umdreht so genau so er leckt mich doch viel auf den noch nein 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 ach jetzt bin ich habe ich da festgehangen nach kacke das soll doch jetzt scheiße jetzt hat er mich verarscht da wollte er springen und hat dann doch nicht getan toll sehe ich nicht wisst ihr was ich mache einfach mal eine folgenpause wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann mal schauen ob ich dieses viel irgendwann mal entledige also viel dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal hier bei resident evil resident evil live bis zum nächsten mal